So was würde ich niemals kaufen, wenn ich keinen Pyro-Kanal hätte. Umso schöner, dass ich jetzt doch mal zünde und herausfinde, was so ein Spielzeug hier in F1 eigentlich macht. Colorsprüher von Leslie. Silvesterzauber gekauft beim Teddy. 1 Euro. Viel Spaß! Dann gucken wir rein in die Colorsprüher. 10 Stück. Irgendeinen raus. Oh, da rieselt es schon raus. Wunderbar. Ich weiß gar nicht, welche Seite man die anzündet. Oh Gott. Auf der nicht. Auf der vielleicht? Boah, das ist ja schon wieder eine super überzeugende Qualität. Keine Ahnung, wie man diese Dinger zündet. Keine Zündschnur dran. Ich vermute, der Satz ist einfach schon rausgerieselt. Weg mit dem Scheiß. Nächsten. Jetzt. Jetzt. Ich hatte ihn an der Falten auf der falschen Seite angezündet. Oh, ist doch ganz nett. Hier passend zur Tanne, weihnachtlich. Das ist wahrscheinlich so eine Art, wirklich so eine Art Grün. Ich weiß es nicht. Colorsprüher. Leslie Silvesterzauber. Ach, wieder die falsche Seite angezündet. Trottel. Guckt mal. So. Nein. Das kommt aus beiden Seiten. Also ominöse Teile hier. Nicht sehr vertrauenerwechend. Jetzt. Boah. Guckt mal. Aus beiden Seiten kommt er. Ist doch komisch. Irre. 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 Irre, wa? Irre Dinger. Richtig geile Dinger. So. Kommt, die anderen auch gleich hier. Also welche Seite nochmal? Man muss diese rote Seite entzünden, glaube ich. Jetzt. Schaut. Kommt, die hauen die alle weg hier. Ah, und rot. Guckt mal. Rot. Schön. Kokeln. Kokeln macht doch Spaß, oder? Würde euch nicht anders gehen. Das ist eine richtige Kokelei hier. Grün in die Mitte. Ja, die ist vorbei. Ja, aber das Grün ist schön grell. Wow. Qualm. Auch ganz hübsch. Oh, sind die schlechte Dinger. Sehr grell. Wow. Sehr grelle. Grelle Flamme. Cool. Guckt mal. Zwei haben wir noch. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Egal. Hauptsache ihr seht was. Yes. Kosmos Schweif. Yeah. Ne, also denkt dran. Abonniert meinen Kanal, damit ihr auch weiterhin solche unglaublichen, spektakulären Videos von mir mit mir sehen könnt. Gebt mir ein Like. Gebt mir einen Kommentar. Und am besten ihr abonniert auch noch die Glocke. Übrig auch noch die Glocke. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn es neue Videos gibt. Leute, das war dann mal was anderes. Ciao. Macht's gut. Kürzlos Spuren. Kürzlos Spur. Kürzlos Spuren. Kürzlos. Kürzlos Spuren. Kürzlos Kapur. Untertitelung des ZDF, 2020